Hi Kids! Hier nochmal eine Choreografie, ein Tanz für euch, für alle Jungs auch, denn es ist ein Piratentanz und hier wollen wir nochmal so richtig Gas geben. Schneller Tanz, richtig, richtig Popo wackeln und alles was dazu gehört. Wir haben ein Ich fühle mich super gut, ich fühle mich super gut, ich fühle mich super gut mit dir. Das machen wir zweimal. Dann haben wir ein O-E-O, Piratenfreunde, U-A, Augenklappe, rotes Tuch, zieh die schwarze Flagge hoch und wir singen O-E-O, Piratenfreunde, U-A, wir fürchten weder Sturm noch Wind, weil du und ich Piratenfreunde sind. Und dann brauchen wir noch ein Hey! 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 Es gibt ein Part, da dürft ihr tanzen wie ihr wollt. Alles immer mit so ein paar Seitwärtsschritten, da könnt ihr die Arme so machen wie ihr möchtet, in die Luft boxen, Wolle wickeln, ein bisschen Jean Travolta tanzen, alles was ihr möchtet. Jetzt zeige ich euch das zur Musik. Ich fühle mich super gut, ich fühle mich super gut mit dir, 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 ich fühle mich super 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 mit dir, Wir fürchten, wir haben Sturm und Wind, weil du und ich die Wartenfreunde sind. Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Wir gehören zum Witz, wir sehen den Blitz, aber ein Kamerad, die Schacht beginnt. Einmal vor uns, die rauben wir aus, auch ganz flotte, denn wir sehen uns. Hey, hey! Wir raten, Freunde, Augenklappe, rotes Tuch, zieh die schwarze Flagge hoch und wir trinken alle. Hey, hey! Wir raten, Freunde, Augenklappe, rotes Tuch, zieh die schwarze Flagge hoch und wir trinken alle. Wir stehen weder Sturm noch Wind, weil du und ich die Wartenfreunde sind. Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Damit wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß.